Herzlich Willkommen aus dem IQ28 Studio hier aus Augsburg. Mein Name ist Ralf Warnatz, ich bin diplomierter Sportwissenschaftler, Fachrichtung Leistungspsychologie. Ich habe mittlerweile 3000 oder über 3300 Seminare geben dürfen im Bereich Vitalität, Flow und Spitzenleistung. Und in meiner Zusammenarbeit mit Top-Athletinnen und Top-Athleten, mit Bundesliga-Mannschaften, mit Nationalteams, aber auch mit Top-Leistern aus Unternehmen und Konzernen, da habe ich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt in dem Bereich, Nahrungsergänzung und ich habe da einiges ausprobiert mit meinen Athletinnen und Athleten. Es gibt allerdings eine Produktlinie von Natura Vitalis und die kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Meines Erachtens wirklich die besten Produkte und nicht nur die Produkte sind einmalig, sondern eben entsprechend auch die Gesamtkonzepte, die hier mit angeboten werden, insbesondere das IQ28 Konzept. Und ich habe hier die besondere Ehre, sogar den Erfinder mit hier im Studio zu haben, den Erfinder von IQ28, den Rolf Kropka. Und den frage ich jetzt gleich bei Rolf. Was ist denn das ganz Besondere an diesem IQ28? Die Besonderheit liegt darin, dass wir aus unserem kompletten Erfahrungsschatz eine wirkliche Schmuckschatulle kreieren durften. Das ist nicht übertrieben. Wir wissen, wie es im Sport funktioniert. Es ist die Bewegung dabei. Da wird Rolf dann gleich was dazu sagen. Ich habe ihn gebeten, Stellung zu beziehen über mein Bewegungsprogramm, welches für jedermann perfekt anzuwenden ist. Wir werden die Ernährung umstellen. Sie baut sich wunderschön aufeinander auf, von Woche zu Woche. Am Anfang ein kleiner Verzicht, aber dann werden wir förmlich durchflutet mit den richtigen Nährstoffen. Der ganze Körper lebt auf. Wir sind nicht nur aufgestellt für den, der abnehmen möchte, sondern insbesondere auch für denjenigen, der in der Tat nach vielen Jahren, ihr wisst selber, wie es läuft, die Ernährung ist nicht immer die beste. Die Bewegung ist schlecht. Wir haben zugenommen und fühlen uns auch körperlich insgesamt ein bisschen schwach. Für jedermann ist hier wirklich dieses Konzept nahezu perfekt. Ich habe einen 91-Jährigen, auf den ich ganz besonders stolz bin, den ich um 20, 30 Jahre verjüngern durfte. Rolf hat ein fantastisches Konzept übrigens hier auch noch in der Schublade, wie man das biologische Alte berechnen kann. Wir haben den mal ganz kurz reingeklopft. Unglaublich, was hier an Veränderungen, an Alterungsveränderungen rauskam. Es ist wirklich ein Traum. Also wir haben die Ernährungsumstellung, wir haben die Bewegung, aber wir haben natürlich auch die fantastische Nahrungsergänzungspalette von Natura Vitalis. Ich bin da mal rein. Bei einer Auswahl von über 100 Produkten durfte ich dann die Essenz mir rausziehen für unser IQ28-Stoffwechselkur-Konzept. Das ist das Besondere. Die Auswahl der Produkte gepaart mit dem genannten, das ist das Gesamtkonzept. Ein paar Geheimnisse sind eingebaut, die kriegt ihr dann zu hören, wenn ihr hier, wir haben jetzt da gleich einen schönen Link für euch, geht doch bitte mal drauf. Alle Interessenten, alle Kunden, die sich hier näher informieren möchten, dann bekommt ihr interessante Informationen zugeschickt. Könnt aber auch gleich gerne hier ganz simpel auf dem Shop einfach mal spazieren gehen. Viel Spaß schon mal dabei. Kein Zufall natürlich, dass wir zusammensitzen. Ralf Warnatz, einer meiner besten alten Freunde aus dem damaligen Leistungssport. Wir sind auch immer in Kontakt geblieben. Ich wollte ihn unbedingt für uns gewinnen, weil er als Diplomierter Sportwissenschaftler, Fachrichtung Leistungssport, gerade was die Ernährung angeht, perfekt aufgestellt ist. Aber auch ganz besonders als, ich glaube, deine 3000 Meter Hindernis, die stehen heute noch in den Annalen des deutschen Hochleistungssports, erkennt sich natürlich ganz besonders gut aus, wenn es um die Bewegung geht. Und wir haben es hier nicht mit Leistungssportlern zu tun, nicht mit Fitnessstudio-Gängern, sondern wir sprechen über die 80% der Menschen da draußen, die heute noch in keinem Fitnessstudio sind, aber endlich mal wissen wollen, Mann, was mache ich denn am besten? Einfach für meine Gesundheit, eine normale Art der Bewegung. Und Ralf, darf ich dich fragen, wie empfindest du die Auswahl der Bewegungsübungen, des Gesamtbeweglichkeitskonzeptes, welches ich hier bei IQ28 Stoffwechselkur für meine Kunden, Kollegen und Teampartner vorgesehen habe? Ja, lieber Rolf, wir sprechen natürlich selbstverständlich nicht gegen Fitnessstudios und wer den Rolf kennt, der weiß, dass er selbst auch ein Fitnessstudio hat noch, aber es geht ja wirklich darum, dass nicht jeder in einem Fitnessstudio Mitglied werden kann, sei es zeitlich, sei es eben entsprechend monetär. Es geht wirklich darum, alltagstaugliche Übungen zu haben, die man zu Hause umsetzen kann, jeder umsetzen kann oder beinahe jeder, machen wir es mal so. Und ich habe diese Übungen wirklich mal auf Herz und Nieren geprüft. Ich habe es selbst ausprobiert, ich habe es mit einigen Probanden versucht. Und ich kann sagen, nicht nur die Ernährung, nicht nur das Konzept, sondern genau diese Übungen sind es, die immer und überall ausgeführt werden können, die dieses Konzept einmalig machen und eben entsprechend auch für jeden umsetzbar machen. Danke, genau. Das war wichtig für mich. Ich habe Anschriften bekommen, an der Stelle sei er gegrüßt, von einem Busfahrer, einer Krankenschwester. Büro-Jobs machen es auch nicht leicht, den ganzen Tag sich überhaupt irgendwo betätigen zu können, aber seid gespannt drauf, welche tollen Übungen hier ihr finden werdet. Für jeder Mann geeignet, auch für die Hausfrau, die tatsächlich, und ich weiß, wovon wir sprechen, wir Hausfrauen, wir haben selbst zwei Kinder. Ich versuche meine Frau, so gut es geht, zu unterstützen, glatt nicht immer. Das heißt, es bleibt an ihr hängen letztendlich. Und sie geht hin und wieder joggen und sie kommt auch aus dem Leistungssport, aber es gibt hier Wochen, wo sie nicht zum Laufen kommt, muss sich dennoch bewegen. Und dafür habe ich auch ganz speziell für euch, liebe Damen zu Hause, eine wunderschöne Palette an Übungen bereitgestellt. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank, Rolf. Für die Expertise. Danke. Wer sich natürlich jetzt ganz besonders für die IQ 28 Stoffwechselkur interessiert, der folgt einfach dem hier unten angegebenen Link und hier erhält er Informationen und natürlich auch die Möglichkeit, sofort mit dem gesamten Kurs zu beginnen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal, euer Ralf. Vielen Dank, Ralf und Rolf. Ciao. Ciao.